Europa muss mehr so werden wie das Internet. Gemeinschaftlich, vernetzt, grenzenlos. Ich will, dass du Filme und Serien anschauen kannst, egal in welchem Land du wohnst. Die EU soll uns nicht überwachen, sie soll unsere Daten schützen. Es kann nicht sein, dass Facebook seine Server nach Irland stellt, nur weil dort der Datenschutz am schwächsten ist. Mit einem gemeinsamen europäischen Datenschutz sind wir stärker. Europa hat sich der Überwindung von Grenzen verschrieben. Das muss auch nach außen gelten. Wir dürfen es nicht weiter zulassen, dass Menschen im Mittelmeer ertrinken. Wir wollen keine Mauern, keine Waffen und keine Überwachung an unseren Außengrenzen. Europa braucht ein echtes Parlament. Das Europaparlament vertritt die Interessen der Menschen gegen die der nationalen Regierung. In Zukunft soll es auch bei der Außenpolitik mitbestimmen können und es braucht das Recht, selbst Gesetze zu schreiben. Der Euro muss bleiben. Eine gemeinsame Gesellschaft braucht eine gemeinsame Währung und eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Nationalismus hat uns noch nie weitergeholfen. Und was ist überhaupt eine D-Mark? Ich will ein europäisches, bedingungsloses Grundeinkommen und ein Ende der Kürzungspolitik. Wir brauchen den Mut, nicht immer nur auf die nächste Krise zu reagieren. Wir brauchen gemeinsame Ziele und gemeinsame Visionen. Ich will, dass Europa in 20 Jahren den ersten Weltraumaufzug baut. Denn auch die Grenzen nach oben können wir überwinden. Ich bin Julia Reda. Ich will für die Piratenpartei ins Europaparlament. Ich bin�도 verkaufen. Wie wird dieilung von Stbäupen in eine changed complement�imeters? Ich bin Julia Reda. Ich bin Julia Reda.